Willkommen bei CMIG, der Comasec International Group, dem weltweit agierenden Hersteller von Hand- und Armschutzprodukten. Durch ihre in aller Welt renommierten Marken Comasec und Marigold Industrial ist die Comasec International Group zu einem der weltweit führenden Unternehmen für Handschutz geworden, das Produktionswerke in zwei Ländern mit über 1000 Beschäftigten betreibt. Ihr hervorragender Ruf gründet auf ein konkurrenzlos hohes Fachwissen und Können bei der Planung und Herstellung von Schutzhandschuhen und Armschutz, wobei sich die Comasec International Group darauf konzentriert, Tragekomfort, Griffigkeit und Leistung zu kombinieren, um ihren Kunden das Beste auf dem Gebiet des Hand- und Armschutzes bieten zu können. Unsere Mission, für die Sicherheit arbeiten der Hände, damit sie das Leben genießen können. Seit seiner Gründung in den späten 60er Jahren ist Marigold Industrial stetig zu einer Weltmarke für Handschutz geworden, die sich in den 70er, 80er und 90er Jahren eines ständigen Wachstums erfreute und bis heute erfreut. Die umfassende und sich weiterentwickelnde Produktpalette ist darauf abgestimmt, die ständig wachsende Nachfrage nach Sicherheit am Arbeitsplatz zu bedienen. Sich Marigold Industrial rasch entwickelt und ist von einem sehr erfolgreichen britischen Unternehmen mit europäischen Märkten, die als Exportmärkte behandelt wurden, zu einer echten internationalen Marke geworden. Dies gelang durch eine wachsende Präsenz in jüngerer Zeit in Nord- und Südeuropa, Nordamerika und eine Expansion nach Osteuropa, Südafrika und den fernen Osten. Das Stammhaus von Marigold Industrial Comasec wurde 1948 gegründet und ist als führender Hersteller von Spezialhandschuhen für Industrieanwendungen anerkannt. Mit seiner innovativen Herangehensweise kann Comasec dank seines SAP ERP-Systems eine Reihe von maßgeschneiderten Handschutzlösungen anbieten. Durch sein Comabox-System hat es auch kreative und innovative sowie wertschöpfende Lösungen, wie etwa eine individuell zugeschnittene Logistik an den Standorten seiner Kunden. Die Comasec International Group nimmt als Hersteller jedoch ihre Verantwortung gegenüber der Umwelt äußerst ernst und hält sich an weltweit anerkannte Regeln und Regelungen, sodass alle ihre Herstellungsstandorte nach ISO 14001 zertifiziert sind.